Hallo und Herzlich Willkommen zu der neuen Fakt LS19 auf der ArtFeld, unserem Schandierprojekt. So, oh, Sie stehen geblieben hier. Wir haben kurz einen Überblick verschaffen, haben wir eine Mission angenommen? Nein. Hat uns ja letztes Mal noch rumgekaspert. Unsere Felder sind wie weit? Auch noch nicht mal annähernds fertig. Ok. Grober hat man. Wir können die Mission machen. Aber hier hin. Was für die PS brauche ich denn dafür? Das Wort ist jetzt dabei. Endlich überhauen. Der Test ist der große. Ne, den haben wir nicht. Wo habe ich denn dann? In der zweiten Ecke. Ich habe den großen von Horsch. Den hier haben wir. Da brauchen wir. 63 PS. Schleppertechnisch habe ich da was mit 360 PS. Mal gucken. Auch den großen. Da passt es nicht dran. 6 R. 300. 130. 145. Der ist 450 PS. Der große Hattes. Da haben wir da eine Gruber Mission dabei. Die ihr Geld bringt. 1 Achte. 4000. 4. 8. 4. 8. 2. 5. 2. 5. 6. 3. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 6. Was bist denn du? Wenn wir das Ding voller, müssten wir reichen. Ich habe gesagt, die Dünner trakt sich mit, wenn es das Ding erreicht wird. So, ab vor. Das ist ja. Und jetzt kommt eine Mission, was wir jetzt noch machen können. Und das ist wirklich erst am nächsten Tag passieren. Warum können wir so ein Problem machen? Das passiert das nicht. Jetzt stelle ich dich mal ein. Die Top Column habe ich mit dabei. Dann haben wir auch schon mal den Abreisebereich ein. Jetzt gucken wir mal, wo wir sind. Voll bist, aber das ist nicht oder absolut. Was wir haben hier. So. Jetzt ist sowas halt gut. Macht doch leider, wo du das schnittst. Jetzt muss ich mal die Träume stehen. Jetzt muss ich mal die Träume stehen. Und nun die Träume. Jetzt sind wir mal die Träume. Ich hab' den Tuch in der Mitte. Ich hab' den Tuch entlang. Dann wollen wir hier die Radar machen. Ich hab' den Tuch in der Mitte hin. Ich hab' den Tuch in der Mitte noch einmal gefallen. Ich hab' den Tuch in der Mitte und hab' den Tuch. Vielleicht aber höchstwahrscheinlich umgetauschen, BEST 2 hat nur noch was an der Uhr an, das soll nicht klar werden. Das war zumindest ein Mercedes-Benz Wurstkolli oder das wäre unbedingt eine Traumfahrt. Oh, der ist nicht voll. Jetzt muss ich gucken. Ich weiß nicht, was heiß ist da. Guck und öffnen so. So. Komm sagt gut. Gut. Das nächste Problem ist, dass es irgendwie kompliziert ist. So. 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 go. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ja mit mir ja. So, geliebt. Die nächste Räume. Die Loni kommt hier. Und die Rüde. Dann geht es wieder hin. Dann kommt es wieder her. Da kommt es hier auch schon an, wie es das Bergschotter verdächtigt ist. So. 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 In-Dios. Was ist denn hier? Schlimm. Dort oben gab es noch eine Feldbeinfahrt. In der eigenen Sicht. Das müsste jetzt hier sein. Das sieht jetzt hier gut aus. So. Ich hoffe, dass es jetzt richtig rund sich. Ok. Und es darf dazu weg. 30 Meter. Jetzt gleich so. 30 Meter. 40 Meter. 40 Meter. 40 Meter. 40 Meter. So, schützt mir das ein bisschen in diese Richtung Was wollten wir haben? Außer speichern Ich glaube es war Rax, aber manchmal was ich gesagt habe ich nicht gespeichert Es war... Außer Außer Let's go Also, noch mal etwas machen Weil die Taster nicht Ich wollte das wieder eingeschränkt auf zwei Taster Was wollten wir mal... Das war's, das war's, das war's, das war's. Das ist die Gegenwand, schicke Rationale, kurz gucken und schauen. Das ist los, schicke Rationale, schicke Rationale, schicke Rationale. So, boom, oh, super ladewagen, schicke Rationale. Schicke Rationale, schicke Rationale, schicke Rationale. 5 Teile von jeder Sorte, muss ich jetzt auch haben. König oder TGS. Jetzt habe ich hier noch keine Farbwahl. Doch, das Ding ist in 125.000. So, aber wir kommen jetzt erstmal zum Ende der Riesefolge. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mir jetzt da. Ich bin raus. Tschau, tschau, zack, euer Jase.